So Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück bei Warcraft 3 The Frozen Throne. Ja, wir haben hier eine kleine Rast gemacht und ich würde sagen, wir verlinnen gar keine vielen Worte und gehen direkt einmal weiter. Ähm, ich denke mal, wir müssen irgendwo da hochkommen, hier über den Fluss. Äh, genau da ist so eine Brücke, da blinkt es auch schon. Und hier ist ein neues Trolllager oder Söldnerlager. Ein bisschen Platz haben wir noch, also wenn wir Gold hätten, dann könnte man sich auch was kaufen. Ja, ja, ja. Wir machen erstmal alle fertig. Warte mal, die kann mal ein bisschen hier reingehen und dann machen wir einmal den dicken Sternregen an. Ah, das sieht ja wirklich gut aus. Gar kein Problem. Die Heiler regeln halt auch viel, ne? Also drei Heiler, ne zwei sind es, ne? Zwei? Ja, zwei Heiler, die regeln halt immens, weil die einfach alles die ganze Zeit heilen. Dann beschützt die Karabano jeden Kreis. Gold, Gold und eine Rolle der Totenbelebung, aha. Kann sie sich mal hier einstecken. Zwei von drei Goldbehälter haben wir. Äh, wie sieht's hier aus an der Front? Ja, das schaffen die aber auch solo. Also diese kleinen Futzel, die da ankommen, das ist eigentlich nicht das Problem. So, äh, dann können wir uns jetzt nochmal drei weitere Helferlein auch ranholen. Ach, die haben keine Kollisionsgröße, aber gut, die schweben auch, ne? Da kannst du unten durchlaufen quasi. Was nehmen wir uns denn? Kobold Erdmagier. Leichte Distanz-Einheit. Langsam und Magie aufheben wirken kann. Ah, die hat eine Aura, die nehmen wir auf jeden Fall. Die macht, äh, Schadenserhöhungen von 10%. So, und dann würde ich sagen... Ich brauche da von den Erzmagiern hier, was machen die? Genau, die verlangsamen nämlich die Gegner. Das Ende rückt näher. So. Irgendwie fehlt noch eine, warte mal. Gerechtigkeit wird geschehen. Äh, wir haben doch zwei gekauft, oder? Wir müssen uns spürten. Nicht genügend Gold. Ach, ich hab nicht genug Gold. Okay, na, dann haben wir recht gehabt. Nicht so schlimm. Die Schuldigen werden leid. Wir finden schon noch ein bisschen Gold. Ähm, gehen wir mal hier weiter. Oh, guck mal da, da kommt einer. Hallo. So. Achso, das sind noch mehr. Die Karawane wird angegriffen. Ja, ja, ja. Hab ich gar nicht gesehen im Augenblick. Dumm, die, dumm, die, dumm. Die heilen aber auch wirklich immens viel. Guck mal, die verlieren doch eigentlich kein Mana. Also ich hab jetzt nicht irgendwie das Spiel weiterlaufen lassen, dass die Mana wecken oder so. Ich hab einfach nur gespeichert und dann quasi nächste Folge angefangen. Die verlieren wirklich kein Mana. Das ist sehr, 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 sehr geil. Das ist schon awesome. So, naja. Was ist denn hier? Hier ist, äh, kleiner Bauernhof. Komm aber nicht hin. Okay. Und da ist wieder ein Held oben. Das ist, äh, Lord Tirass. Na komm. Ich werde die Jagd beenden. Ich mach' dich kaputt, Junge. So, einmal dies und einmal das. Und wir haben ein Level Up. Aber ich sag, wenn man Schattenflag auf Stufe 3, dann macht er jetzt 225 Schaden. Das ist doch nicht schlecht. Und noch ein bisschen Dot, ne? Die Karawane wird angegriffen. Ja, ja. Nicht gleich rumheulen. Einfach mal kämpfen. Ich kann nicht mehr warten. Ich will jetzt mal so als kleiner Tipp hier nebenbei. Wenn man, äh, also ich greife die Gegner immer mit der A-Taste an. Quasi hier angreifen, Befehl. Und das Schöne an dieser Variante ist, dass die Heiler automatisch dann heilen. Äh, die andere Variante ist mit Rechtsklick. Und dann heilen die nämlich nicht. Und dann machen die auch keine Fähigkeiten, sondern machen die wirklich nur stupide Nahkampfangriff auf den Gegner. Und das will ich ja nicht. Ich will ja, dass sie da nebenbei ihre Fähigkeiten benutzen, heilen und slowen und dies und jenes. Deswegen mache ich immer den A-Befehl. Gehe quasi in die Richtung und dann greifen die alles automatisch an. Ich will die Jagd beenden. Wir rasten hier ein wenig und warten auf Verstärkung. Auf Verstärkung warten? Ich glaube, da können wir lange warten. Oder? Ich glaube, die wollen nur, dass man hier mal ein Päuschen machen kann. Ich will die Jagd beenden. Oder? Ah, nee, warte mal, die gehen hier. Hä? Die sind da reingegangen, ne? Die Blutelfen, diese Arbeiter. Ich ziehe es gerade um und ein Schwert an. Mal ganz was husten. Moment. So, Verzeihung. Ähm. Ja, irgendwie kommt da keine Verstärkung. Egal, ich gehe einfach mal weiter. Die Schilder hier können wir leider nicht lesen. Und es wird dunkel. Wir sind an einem Scheideweg angelangt, meine Freunde. Es gibt einen kürzeren Weg zu unserem Schicksal. Doch der führt gefährlich nahe an einer Bastion der Untoten vorbei. Die andere Route ist sicherer, aber wir brauchen länger, um den Fluss zu überqueren. Allerdings sind beide Wege nicht ungefährlich. Entscheiden wir rasch und ziehen wir weiter. Ich würde... Achso. Ja. Ich würde sagen, wir gehen durch die Untoten-Bastion. Macht mehr Spaß. Bisschen durchprügeln. Das Ende rückt näher. Der dicht bei einer Untoten-Bastion liegt. Genau. Äh. Die haben wir einfach kaputt. Die Untoten sind zurückgekehrt. Verteidig die Karawane. Ah, das schafft ihr auch so, hm? Ja, klar. Das bisschen. Ich gehe schon mal vor und prügel mich durch die Untoten. Mal sehen, ob wir das schaffen. Ich hoffe's. Äh. Ich denke mal, man kann auch immer noch umkehren. Und den anderen Weg nehmen. So, hier ist erstmal eine kleine Base. Ah, hier gibt es mal Gold. Ja, wunderbar. Und noch ein Sölderlager. Perfekt. Da, 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 da. Haben wir nur noch Platz für einen. Bzw. Also, wir können auch noch zwei weitere kaufen und die folgen lassen. Geht zur Not auf. Was, schon wieder? War nicht wahr? Doch, alles ist in Ordnung hier. So. Sie kann sich immer das Gold holen. Gold, Aufführungstraße, brauche ich nicht. Genau, das wird auf jeden Fall unsere Sache dienlich sein. Obst du an der Quest abgeschlossen vor, ich geholten. Okay. So, was gibt's denn hier? Aha. Ein Ahnen-Sasquatch-Beschwören. Ja, im Nahkampf hat die Hieb gegen Fallen einsetzen, kann Naturgewalt wirken. Okay. Reinigen und Blitzschild und einschnüren. Ja, dann nehmen wir den noch mit rein in die normale Armee. Und dann kaufen wir noch so einen und so einen. So. Und der kann auch folgen. So. Ah, das schaffen die schon, ne? Wir gehen mal hier weiter. Jetzt haben wir unsere Armee auf jeden Fall massiv aufgestockt. Ich werde die Jagd beenden. So, dann hauen wir das einfach kaputt. Das ist die Bastion, von der ich sprach. Sie muss zerstört werden, wenn die Karawane passieren soll. Dann schaffen wir schon. Aber wie kann man hier sich mitten reinstellen, wenn ich mal durchkomme? So, und Sterne. Und der Rest kann sich einmal durchflügeln. Aber das ist ja mal gar nichts hier. Okay, eine geht gleich down hier. Ah, egal. Die Untoten sind zurückgekehrt. Verteidigt die Karawane. Ganz ohne Verluste wird es eh nicht funktionieren. Die Range vom Sternregen ist schon awesome, ne? Oh, eigentlich schon ziemlich geil, ne? Rachegeist. Machen auch ganz gut Schaden hier. Sieht nicht nett. Noch irgendwas verloren gerade. Die Heile sind aber auch da hinten irgendwie. Die heilen gar nicht richtig. Ist ja doof. Naja. So, dann haben wir es gleich geschafft. Den kurzen Weg. Ich fand den jetzt gar nicht so schwierig, muss ich sagen. Oh, ich weiß nicht. Also, der war eigentlich ziemlich einfach, dafür, dass er schwer war. So. So, hier unten ist noch ein bisschen was. Ach ja, machen wir alles noch. Gut, gut, gut. So. Gold nie noch. Heldenaltar. Und dann haben wir die Base hier komplett vernichtet. So muss das sein. So, das Haus noch. Okay, haben wir es geschafft. Wobei, es könnte sein, dass noch eine weitere Base kommt. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind jetzt hier quasi an der Brücke gleich. War ja hier oben, ne? Also, im Prinzip noch ein bisschen durchlaufen. Machen die hier. Ach so, die folgen mir. Okay. Gut. Gut, dann. Weiter, weiter, weiter. Ah, guck mal, hier ist noch was. Ach nee, das ist aber Menschendorf. Okay. Ich werde die Jagd beenden. Und das wäre jetzt quasi der andere Weg. Könnten wir jetzt auch nochmal ablaufen, aber finde ich jetzt irgendwie Quatsch. Jetzt sind wir ja schon einmal hier. Die Schuldigen werden leiden. Müssen wir jetzt nur auf die Karawane warten. Die kommt ja gleich ran. Was ist das hier denn hier von mir? Hält auch voll lange, ne? Der Avatar der Rache. Hält schon ziemlich, ziemlich lange. Beschützt die Karawane um jeden Preis. Ja, komm, den einen Bungie wirst du wohl hinkriegen, Kollege. Also, mal ehrlich. Was sieht die Spawnt jetzt? Bleiben die dann noch? Ah, okay. Ah, das Dorf Pyrewood. Gleich dahinter liegt der Fluss Arwas. Ich weiß nicht. Etwas kommt mir nicht geheuer vor. Ja. Vielleicht sollte die Karawane lieber weiterziehen. Verdammt. Sie haben auf uns gewartet. Beschützt die Karawane um jeden Preis. Ja, das bisschen Füller-Fanz hier. Guck mal. Easy. Ihre Zahl ist grenzenlos. Ja, kein Problem. Ja gut, hier ist noch ein bisschen was am Start. Es kommen einfach immer mehr. Oh. Warte mal, das können wir aber regeln. Mit Sternenregen. Yay. Hier rein hier. So. Bärengestalt wieder. War gar kein Problem. Ah ja, ich mag den Sternenregen wirklich sehr, muss ich ja sagen. Macht einfach guten Schaden. Schön auch in E-Range. Wunderbar. Einfach nur wunderbar. Oh, du noch. Hauptquist abgeschlossen. Kale, Tass und seine Karawane begleiten. Ja, haben wir doch gern gemacht. Wir haben sie zurückgeschlagen, aber die zweite Welle rückt jetzt vor. Unsere Zeit ist abgelaufen. Einen weiteren Angriff überlebt die Karawane nicht. Kale, bringt eure Karawane über den Fluss. Ich bleibe zurück und verteidige die Brücke. Das ist höchst edel von euch, Priesterin. Aber einer solchen Heerschar seid ihr nicht gewachsen. Die Göttin ist mein Schildwächterin. Elune wird mir Kraft geben. Da bin ich ja mal gespannt. Sie allein gegen die ganze Armee? Es funktioniert. Sie kann sie aufhalten. Wann herziger Gott. Nein. Sie ist abgestürzt. Die fiese kleine Maeve. Lässt sie einfach unsere Verbündete quasi zurück, um schnell weiterzukommen. Ganz schön fies. Und ich dachte immer, wir lassen keine Soldaten zurück. Na gut. Aber jetzt hat sie natürlich auf der anderen Seite ihre, ja quasi selbst die Befehlsgewalt. Sie muss sich nicht mehr irgendwie absprechen oder rumschlagen, sondern kann einfach walten und schalten. Naja. Interludium, Malfurions Vision. In diesem Augenblick versucht Malfurion tief im Silberkieferwald Kontakt zu den Geistern der Wildnis aufzunehmen. Dieser Wald hat ebenso sehr gelitten wie Ashenvale. Die schreckliche Pest der Geißel ließ zahllose Morgenbäume absterben. Könnten die Droiden doch nur... Die Erde wird entzwei... gerissen. Die Schmerzen sind... ...unerträglich. Alte Geister des Waldes, ich flehe euch an, zeigt mir, was meinem Blick verborgen ist. Zeigt mir, was diese Erde plagt. Ich sehe, das eisige Land Norsrett. Das Dach der Welt. Das Land selbst wird gespalten. Wie kann das sein? Was konnte diese Verwüstung verursachen? Es funktioniert. Nichts kann der Macht des Auges widerstehen. Bald ist es um die Feinde meines Meisters geschehen. Und ich fordere meinen gerechten Lohn ein. Hab Dank, große Geister. Nun weiß ich, was zu tun ist. Ich verspreche es, dieser Verrat wird nicht ungesühnt bleiben. Ein Bambi. Und noch ein Bambi. Ja, kann ich gerade richtig einordnen. Also Illidan ist jetzt in Northrend und macht da irgendwas mit dem Auge. Und habe ich jetzt leider nicht... Ich überlege gerade, wie das mit WoW zusammenhängt. Aber ist auch eigentlich egal. Wir werden es vielleicht noch sehen dann. Erstmal geht es weiter mit Kapitel 7. Die Ruinen von Dalaran. Später an diesem Abend kehrt Malfurion in den Stützpunkt der Nachtelfen zurück. Um Maeve und Tyrande von der gefährlichen Zapperei seines Bruders zu warnen. Marjeth, wir müssen uns beeilen. Illidan wirkt einen Zauber, der das Dach der Welt spaltet. Wir müssen... Halt. Wo ist Tyrande? Es tut mir leid, Shando. Aber die Priesterin ist gefallen. Wir halfen einer Gruppe Krieger der Allianz gegen die Untoten. Die Priesterin hat tapfer gekämpft. Aber ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie sie in Stücke gerissen wurde. Lügen! In Stücke gerissen? Tyrande. Mein Herz. Ich hätte dort sein sollen. Ihr könnt sie immer noch rächen, Shando. Greifen wir Illidan gemeinsam an. Nur seinetwegen sind wir an diesen gottverlassenen Ort gekommen. Er trägt die Schuld an eurem Verlust. Shando, das ist Prinz Keltas, der Verbündete, von dem ich sprach. Seid gegrüßt, großer Druide. Meine Späher haben bestätigt, dass dieser Illidan und seine ekele Schlangenbrut sich in den Ruinen der Stadt Dalaran verschanzt haben. Sie führen ein seltsames Ritual mit einem edelsteinartigen Artefakt durch. Dann benutzen sie das Auge von Sagaras. Aber warum sollten sie es auf das Dach der Welt abgesehen haben? Einerlei. Sie werden nicht lange genug leben, den Zauber zu vollenden. Illidan muss ein für alle Mal aufgehalten werden. Ja, ganz kurz nochmal die Quest abwarten. Moment. Dumm, die dumm, die dumm. Obquests, Zauber der Zerstörung, die Beschwörer töten, bevor die Zeit abgelaufen ist. Okay, also wir haben eine Zeitquest. Ich mache ganz kurz hier Pause. Ja, also man sieht hier an diesem kleinen Video, sag ich mal, dass auch die Nachtelfen selber natürlich nicht ganz unschuldig sind. Also die Maeve selber hat jetzt auch quasi gelogen. In Wahrheit wurde ja die Tyrande gar nicht in Stücke gerissen. Voll gelogen. Sondern sie wurde halt, ja, sie ist halt abgestürzt von der kaputten Brücke und ist dann quasi weggetrieben. Vielleicht sehen wir sie später nochmal wieder. Naja, gucken wir mal. Wie es da weitergeht, erfahren wir aber erst in der nächsten Folge. Also, bis gleich. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Untertitelung des ZDF für funk, 2017